Als er die Tiefnarrange betrat, zählte er seinen Schritt. Das tat er immer, wenn er eine Distanz zurücklegen musste, die mit einem unsicheren Ausgang gehaftet war. Er hasste diese Eigenart, aber es gelang ihn nicht, sie abzulegen. Er ist vor dem Wagen, wie er stehen und lächelt. Das Gesicht des Mannes kannte er von einem Foto und er fragte. Sie müssen doch Kerrigan, Steve Kerrigan. Das ist ein Foto, zieht er seine Schritte nicht mehr.